Servut! Wir haben leider Clank verloren. Aber Clank ist bei Wurvet oder so hieß sie. Ich hab den Namen leider vergessen. Ratchet ist jetzt allein unterwegs. Und dieses Spiel ist wirklich bis jetzt ein Cv10. Hat einer von euch einen kleinen grauen Roboter gesehen? Grüne Augen, rote Antenne, ziemlich niedlich. Ja, ziemlich niedlich. Ich kenne nur niedliche Roboter mit blauen Augen. Ha, ein Witzbold. Scheiße! Bitte lass dahinter etwas Gutes warten. Ja, lieb. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Am Arsch! Volles Bedürfnis da drauf zu springen, weil das wird man garantiert nicht machen können. Ich bin doch nicht einmal gestorben und da freu ich mich. Wie gut das alles aussieht, wie er das so rausholen. Vor allem die Bombe sieht ultra nice aus. Ah, das ist Swift oder wie sie heißt. Wow! Hast du deine Bestellung vergessen? Nur dann nur herein. Mist, Zorkon kann dir Waffen verkaufen. Aber du musst viel unauffälliger sein. Sonst kann der Widerstand nicht überleben. Der Widerstand? Äh? Äh? Huh? Nein! Ich muss diesem Schiff folgen. Wie komme ich vom Planeten? Ist das ein Test? Nur Flottenraumschiffe dürfen hier weg Das Phantom kann helfen Folge einfach dem Bild zum Club Nefarius Dort wirst du ihn finden Levelkarte Während du den Planeten erkundest Erscheinen Sammelobjekte und andere interessante Orte Junge, das hypt mich grad so krank So Sammelobjekte So Mini Open World mäßig Oder was? So Mario Odyssey like Okay, okay Ich weiß jetzt schon wie viel ich in dem Spiel erkunden werde Was hast du? Mr. Partypilz Yo, der spawnt uns Gehilfen zu Pizze oder was? Ach Leute, deswegen Mr. Partypilz Und er wird seine Gegner so hart treffen Dass sie sich seinen Eskapern Nicht entzielen können Das ist geil Yo, beide hältlich, mobbt mich halt noch mehr Ich kauf mal neue Munition Okay, warte mal, wie kann man hier durch? Einfach durch? Ne, okay Ne, es geht als wann Von oben vielleicht? Da muss er ja irgendwie reinkommen können Ah, warte mal Hier haben wir erstmal nochmal was Oh, what? Gefällt mir echt super gut Das Gangrad Was, 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 was? Doch ist das wirklich notwendig? Ja, ist es? Ihr greift mich an Schwarzfahren? Noch einer? Gehen wir erstmal da rüber Zack, zack Das ist echt super geil mit diesem Beam Oh, nice Oh, nice Wandsprung haben wir auch Na, was geht's? Sorry, man Wow, wow, okay Oh, war das close Das ist alles, was ich mit Leuten wie euch mache Das ist alles, was ich mit Leuten wie euch mache Haha Haha Dein Ernst? Du Arschloch Oh Gott Oh Gott Oh Gott Holy shit Was war ich? Bam Das war's mit dir Alter, wie gibt's denn hier zu finden? Was? Uuuuh Was hat hier alles aus Stress aus? Bam Boah, das war die fechte Wache Nein, ich wollte nicht noch eine Bombe werfen Scheiße Ja, nice Das war knapp Ah, darf ich nochmal Ich wollte nochmal zurück Ich wollte nochmal zurück Gott, ich bin fast tot Wie heilt man sich? Energie, ne? Da drüben ist Energie Oh Tod Der erste Tod Wäre das hier neben gewesen? Oh shit Ui Viele Bam, bam Kombi, doppelte Kombi Schuss Zack, zack, zack Schuss Schuss Boom Geil, waches Boss Zack Oh shit, er alles explodiert Oh Was mache ich hier? Holy shit Widerstands-Spion 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 Sie enthalten irgendwo zum Schiffplaneten und Pläne für eine Geheimwaffe Wenn du genug nach uns ablittst Ja mann Geil Reisen zu anderen Welten wurden stark beschränkt Ebenso Bürgerrechte und öffentliches Meckern Oh ne, öffentliches Meckern Die würden mich wegsperren Foto-Modus Es gibt safe welche, die so kranke Bilder machen Das ist mein krankes Bild Ja hier, das ist mein krankes Bild Das spiel schon die ganze Zeit so aus Jetzt hatte ich das Gefühl, der Filter wäre drauf geblieben Okay, was haben wir hier? Ich checke den auf jeden Fall Das ist immer noch, dass da unten drin ist Ich checke immer noch nicht, wie man da reinkommt Wie kommt man da rein? Oh, hier ist zu mittlerweile Vorhin war ja noch offen Mann, gib mir das doch Okay, ich würde ganz gerne noch mal kurz zum Händler gehen Und mir die Waffe kaufen Was du kaputt machst, wird gekauft Und neue Munition, alles auffüllen Und Mr. Partypilz Checken wir mal das noch ab Au Dann kann ich ja noch bestimmt später noch zurück, oder? Ja, ich komme hier nicht durch Ist das schon jemand anderes durchgeht? Ne, ich kann tatsächlich einfach nicht durch Nicees Bild, muss ich schon mal gestehen Was ist das? Ich komme hier gerade was drücken Wow What the fuck? Wie krank ist denn das? Das ist das Geilste, was ich seit langem gesehen habe Flank Reicht mir deine Hand Du fehlst mir, Kumpel Ja Ey, Köpfer kurz auf deinen Arsch Ciao, ciao Der nicht aufgeblasene Ich bin doch wieder nur ich lustig Ja, sie zur Waffe, sagst du, hä? Bei mir ungefährlich gemacht hat sie euch Was ist das? Oh, das bin ich Kriegen wir jetzt Rüstung? Und ich glaube, damit ist hier alles erledigt Cool Roboter vor kleinem Kopf Ändern aussehen, indem du X drückst, um Rüstung anzulegen Mit vier ergänzt du die Farbe der angelegten Rüstung Yo Oh, wie geil ist denn dieses Spiel? Das ist viel zu gut Schaden durch Nefarius Gegner ist um 5% verringert Wenn wir das haben, passen wir doch bestimmt da durch Oh, ich will eine geile Farbe hier, so ein Pink Aber Weiß sieht, das sieht ja nicht anders aus Oh, das hier fühle ich auch Nice, Mann Nice, wirklich Das war ein dummer Tod Das war ein dummer Tod Das war ein dummer Tod Nein, 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 nein Ich bin so scheiße Zwei Epic Fails Oh, drei Okay, scheiße, wir gehen einfach Antenne Und Bisschen fliegen Ah, nicht abstürzen Zack, zack, zack Und drauf Das ist krank, wie man das dort nimmt Und, äh, können wir jetzt theoretisch hier durch? Kann ich jetzt hier durch? Ne, man noch nicht Ich bin nicht zum Saufen hier, ich will mein Roboter-Kumpel Schicke Mucke Ich lehne ab Musik Okay Ich such von Niederstandsalarm Niederstandsalarm Ich glaub's nicht Die erste Mission seit langem Und die Tarnung fliegt auf Den kennen wir doch vom Anfang Ich kümmere mich um Sie Sonst verfolgen Sie das Phantom noch Let's go Wo ist denn der Hinn? Ich war gerade mitten in einer Mission Ich bin Redshed Ich hab gehöre Keinen Namen Du musst schon cleverer sein, wenn du dich Oho, was losgelassen Wo ist er hängt? Ich, ich hol mal den Pilz Den Pilz Mr. Partypilz Mach was Wow, Mr. Partypilz Der Aufstieg Der voll Trecker Keine Waffe, by the way Aua Da ist er Der Pilzball aus dem Klub Was ist der Pilzball? Ich bin nicht mal rund Ich komm schon klar, Phantom Taf, taf Und bam Ja, ich werde mich erholen Ja, ja Ich werde mich erholen Also ich weiß ja nichts machst du Nicht übel, Neuling Was ist das? Sowas wie ein geheimer Handschlag? Hey Was macht denn der jetzt? Oha Was fange ich damit an? Damit können wir da durch Nice Und ich hätte fast 20 Minuten lang an dem Joy Sting rumgesucht Geil, wie geil Jo, wie nice Das Spiel hat alles dabei Lombaxe Du bist genauso stur wie sie Warte Du kennst die in anderen Lombax? Wo ist die hin? Sargasso Nach einer Mission geht sie immer dorthin Safe in der Wüste Klingt wie in der Wüste Machen wir einen Deal Siehst du das Luftschiff? Du hilfst mir es zu übernehmen Ich helfe dir in den Nefarius Turm rein Das ist der einzige Ort in der Stadt Wo du ein Flottenraumschiff findest Komm einfach auf dieses Dach rauf Wir treffen uns oben Wow, das ist auch geil Hallo Oh, was hast du Fäße? Komm schon auf die Brasse, du Schwein Meine Tische mach ich auch kaputt Oh, Alter Ich hab mich verdrückt Also ihr seid sowieso die größten Lappen Was mit euch abgeht, weiß ich auch nicht Geht's dir gut? Damit hast du nicht gerechnet, wa? Was machst du denn hier? Kaufe Waffen, Aufrüstungen, um dein Munitionslimit, deine Feuerrate und vieles mehr zu verbessern Halte X gedrückt, um die Aufrüstung mit Raritarium zu kaufen Das Tutorial Raritarium geht aufs Haus Vielen Dank Goldzellenhaufen enthalten besondere Aufrüstungen Kaufe alle Aufrüstungen, die mit einem Goldzellenhaufen verbunden sind, um sie freizuschalten Kaufe jetzt alle Aufrüstungen, die mit der Goldzelle verbunden sind Hab ich gemacht Goldzellen freigeschaltet Präzision, Schnellfeuerschüsse sind jetzt präziser Was hat dieses Spiel eigentlich nicht? Der vollstrecker Schüsse fliegen weiter, das klingt sehr gut Vergrößert den Wirkungsbereich Öh, die aufgenommene Munition, ne Äh, Reichweite, safe Okay, dann gucken wir mal noch die Schmetterbombe Schmetterbombe fliegen deutlich schneller durch die Luft Das klingt gut Wirkungsbereich, safe aufbessern Und auch die Schnelligkeit Gehen wir mal zu Mr. Partypilz Der Gegner, der den Mr. Partypilz angreift, konzentriert sich mit höherer Wahrscheinlichkeit auf ihn Okay, das machen wir auch, das ist nice Mr. Partypilz schießt schneller, machen wir auch Blasterpistole Feuerrate, ja Schnellfeuerschüsse sind präziser, das ist auch gut Munitionsslimit haben wir auch noch mit drauf Okay, ich guck mal bei der Vollstrecker Nehmen wir mal die Reichweite Munition, das klingt auch ganz gut eigentlich Schmetterbombe, was haben wir hier noch? Okay, wir machen nochmal die Geschwindigkeit Und den Wirkungsbereich zweimal Gucken wir nochmal bei der Blasterpistole Munitionsslimit noch einmal hoch Feuerrate und Präzision Ich hatte eine neue Waffe Jo, was ist das denn für ein fettes Ding Bis dann mal Tschüss Das war's aber für heute Hat mega Laune gemacht wieder Das macht echt ultra Bock Tschüssing Das war's aber für heute Das war's aber für heute Vielen Dank.